Oh, Alter. Ich hatte gerade solche Abbrüche. Das war nicht mehr nett. Ja, Bill versucht Francis zu holen. Nee, heil mich nicht, heil mich nicht. Achso. Kommen die jetzt mal? Ach, die verrecken eh. Ja, heb doch auf. Schießt da durch. Kommst du jetzt mal, Franziska? Ja, der warst nicht auf Bill. Der hat sich gerade geheilt. So, zufrieden. Endlich. Jetzt killt er einfach. Er ist wie, ich habe ihn nicht gekillt, er ist umgefallen. Du und deine Witch. Ja, Witche sind halt lustig. Ich sollte mir auch mal ein Medi kippen. Ja, der kommt oder nimmt sich das irgendwie relativ schnell? Wieso hast du sie vorher nicht genommen? Einfach so. Aus Jux und Dollerei. Ja, weil ich ein Defi habe. Das wäre so einfach gewesen. Ja. La, la, la. Ich hasse Transporter. Ja, Pilchen. Pilchen. Aber ich finde Transporter cool. Oh, Boomerbeil, habe ich schon. Los geht's. Funtime. Hä? Bang, bang. Baggidi bang. Ich sag bang, bang, baggidi bang. Bang, 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 bang. Banggidi bang. Ich sag bang, bang, bang. Ah, Chocke auf mir. Bang. Und Hunte auf ihn. Was denn? Der Chocke war doch nicht tot. Boom! Ich hab irgendwas an der Hand. Ich sag nur... Bang, bang, banggidi-bang. Ich sag bang, bang, banggidi-bang. Ich kann dir unter das Röckchen gucken. So, wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Immer geradeaus. Bang! Immer Richtung Wasser. Bang! Bang, bang. Und wie viel das Boot kommt. Banggidi-bang. Ich sag bang, bang, banggidi-bang. Bang, bang. Ich hab uns nämlich eine kleine Bootstour gebucht. Oh, yeah. Ganz romantelig. Wohin geht's denn? Nach Las Milander in Sevilla. Hunter, Hunter, Hunter. Hunter hat mich. Jetzt geht ins Land der Ungeheuer. Der Zombies. Der Hunter wollte gerade Babys mit mir machen. Das war eklig. Das war noch frittem Kuscheln. Rob. Okay, ich wechsel doch lieber wieder auf die MP um. Nein, nein, nein. Wie unnötig war jetzt die? Ja, ich geh hin. Gibt's auch genug Granaten. Beziehungsweise schicke Kotze und Molly gab's noch. Ja, ich hab... Ja, ich hab... Gott, ich lasse halt mal. Oh, Tag. Fuu, you bitch. Den Molly. Ich hab selber nur Boomerbeil. Dann hast du zurücklaufen, zurücklaufen. Ich hab grad keine Ahnung, wohin ich laufe. Nur, das war's schon. Okay. Ich hab gar keinen Molly für gebraucht. Ja, ich bin halt so gut. Das ist ein gutes Team. High five. Nee, warte. Nee, warte, nicht Pillen. Hier. Komm. High five. Ja, bei mir tut's wenigstens nicht weh, ja. Nimm den Schlag. Ah. Und schon wieder. Äh, Hunter. Danke. Nimm das weg. Nimm das weg. Es wird eklige Kinder mit mir machen. Hunter. Sagst du sowas immer zu deinem Kind? Deinem frisch geborenen Hunter. Ja. Es sieht eklig aus. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Ich glaub, ich muss sterben. Oh, ja, wir sind da. Ist das schon das Ende? Ja. Wir müssen nur das Boot rufen. Okay. Dann. Und ich glaub, ich hab nicht gezahlt. Okay, warte, ich ruf's gleich mal. Mach die Tür aber zu. Ich soll noch ein bisschen kuscheln. Wo sind... Ähm, hier oben ist Medi. Äh, ja, nehmen wir mal Medi. Medi. Rohrbombe. Kann ich es nicht jetzt schon kaputt machen? Och, schade. Soll ich lösen? Nein, wir brauchen erst ein Muni. Wo ist ein Muni hin? Oh, hier ist ein Katana. Beziehungsweise eine Machetti. Machetti, schreib keine SMS. Ach, hier hinten sind Munitionen und noch genug Medis. Nimm das Medi-Pack. Hab ich schon längst. Hier hinten sind noch genug Medis. Hm? Machetti, schreib keine SMS. Machetti, luft nur an. Und Machetti hat Ausnahme gemacht. Oh, die Stadt da hinten sieht ein bisschen schlecht aus. Na ja, da fahren wir nachher rüber. Okay. Darf ich auslösen? 2D Land. Ja, mach. Hawkeye. Ich sag nur Bang, bang, Baggity, bang. Ich sag bang, bang, Baggity, bang. Ja. Hilfe, nahrt. Verteidigt euch. Da kommen sie. Ich geh mal ans Geschutz. Dann schutz dich mal. Ich komm da nicht ganz hin. Scheiße. Hunter, Hunter, Hunter. Jockey. Jockey down. Jockey down. Ja, komm hoch. Wer hat... Warum hast du das jetzt angezündet? Nur mal so als Frage. Ja, weil ich dachte, wir bleiben hier alle gemütlich drin. Ich wollte dir deinen Arsch sichern. Ich musste grad... Boah, böser Lex-Bikele. Böser Lex-Bike. Was ist jetzt so... Alter, was leckt denn hier jetzt ab, ey? Das tut mir jetzt leid. Für meine Zuschauer. Falls ihr es kurz geleckt habt. Ich hab keine Ahnung, woran es liegt. Es liegt bestimmt an den schlechten Witzen, die Benni immer macht. Oder in meinem PC als Server. Aber bei mir ist es zu flüssig. Nee, bei mir hat grad auch die Platte rumgespackt. Okay, Bill. Er hat gesagt, er ist raus. Ja, eben. Dann sind wir doch wieder da. Ja. Kann sich auch nicht entscheiden. Geh mal weg. Ich sollte mich mal kurz heilen. Ich sag nur... Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Ich sag bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Machetti. Geh mal da weg. Okay, bin weg. Hä? Wo wollen die hin? Ach, da wollen die hin. Ich habe Machetti-Bauer. Machetti-Bauer. Machetti. Ich wurde angekotzt. Ich wurde angekotzt. Ach, das ist Bill. Ich wurde angekotzt, angekotzt, angekotzt. Irgendwie, irgendwie läuft es grad nicht gut für mich. Ey, ich treffe keinen einzigen Zombie, ey. Es ist doch zum Köteln. Hallo? Was ist heute mit Köteln? Ja, aber ey... Ist auch scheiße. Ja. Hallo? Die Zombies kommen ja nicht mal hier hoch, ey. Es ist doch mal asozial von euch. Ihr wollt, dass ich keine Nahkampf-Kills bekomme. Ja, und ich kriege hier nichts zu tun. Ja. Ich bin ganz in Zombies. Nee, das ist mal hier extrem... ...langweilig. Auf welchem Schwierigkeitsgrad spielen wir denn überhaupt? Nein, Tank. Boomer. Weg. Spielen wir auf einfach oder auf schwer? Äh, auf normal. Normal. Echt? Hast du ihn? Nee, ich seh ihn gar nicht, weil ich angekotzt bin. Der Tank kommt hoch, Tank kommt. Achtung, geh weg. Ich bring ihn um. Der Tank ist sowas von hässlich, aber tot. Ist er down? Ja, ja. Ich glaub, da ist jemand tot. Das wär nicht so schlimm. Wenn... Wenn...